Review-Zeit! Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schneider Review zu einer weiteren Mega Constructs Masters of the Universe Set Review. Ja, heute wieder eines der ikonischen Fahrzeuge und zwar habe ich heute für euch den Wind Raider am Start. Das Wind Raider Attack Set. Ich wollte es euch eigentlich schon ein bisschen eher zeigen, ich hatte aber tatsächlich hier Schwierigkeiten. Da gehe ich aber gleich noch genauer drauf ein, denn ich musste mich da tatsächlich mit Mega Constructs selbst kurz in Verbindung setzen, denn ja, ich hatte tatsächlich fehlerhafte Bauteile. Habe ich so vorher auch noch nicht gehabt, ist die absolute Ausnahme, aber war natürlich dann auch für mich ein schöner Moment, um mal auszuchecken, wie das dann auch funktioniert, wenn man sich mit Mattel Mega Constructs halt in Verbindung setzt. Um dann halt Ersatzteile zu bekommen. Naja, ich drehe die Review jetzt für euch, also würde ich mal sagen, die Sachen sind da, oder? Ein schönes Set auf jeden Fall. Wieder sehr nostalgisch, der Wind Raider. Ihr seht schon, das Ganze ist wieder mit einem schönen Artwork vorne versehen, wo He-Man schon im Wind Raider drin sitzt. Wir haben zwei Minifiguren mit dabei, He-Man und Skeletor sind mit dabei. Das Ganze ist natürlich ab acht Jahren aufwärts und hat 198 Teile, lässt sich aber auch hier wieder absolut locker und entspannt zusammenbauen, muss ich sagen. Ich liebe die Artworks, das habe ich ja in den letzten Reviews schon gesagt. Auch hier natürlich wieder sehr schön gemacht. Ihr könnt, wie gesagt, den Wind Raider sehen. Hier unten ist aber auch noch so eine kleine Attack-Szene. Ich glaube, Castle Greyskull ist hier sogar noch leicht zu erkennen, aber auch nur hier, denn da seht ihr zum Beispiel das Zwillingsgeschoss oben auf dem Turm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auf den Seiten haben wir hier einmal einen Blick auf die Minifigur von Skeletor. Und hier auf der Seite einfach nochmal Mega Constructs Masters of the Universe Wind Raider Attack. Auch nicht schlecht. Auf der Rückseite, da haben wir dann den kompletten Überblick über das gesamte Set. Und ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, weil auch das, wie gesagt, eines dieser schönen, ikonischen Fahrzeuge aus der klassischen Serie ist. Ihr seht komplett das Set am Start mit den beiden Minifiguren und auch natürlich noch hier so ein bisschen das Play Feature, würde ich jetzt mal sagen. Und gerade bei dem Play Feature, da hatte ich tatsächlich dann ein bisschen Probleme. Weiter unten, rechts unten, könnt ihr noch sehen, da gibt es noch ein kleines Zusatzfiguren-Set. Das hat die Nummer GDV86, so wie ich das sehe. Auch da wirklich sehr schöne kleine Figuren. Unter anderem sehe ich da Faker, ich sehe Beastman, He-Man natürlich und Skeletor, aber auch natürlich Tila mit dabei. Auch das sieht sehr, sehr stark aus. Ich überlege noch, ob ich mir eventuell noch ein bisschen was dazu kaufe. Denn eigentlich fehlt mir jetzt nur noch Point Dread. Dann habe ich erst mal so gesehen die großen Sets zusammen. Dann muss ich mal schauen, ob ich da noch ein bisschen was anderes mir dazu organisiere. Oder ihr habt vielleicht noch eine Idee, was ich mir dann noch in meine Sammlung holen kann. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns mal das Ganze hier auspacken und im zusammengebauten Zustand genauer angucken. Natürlich auch noch mal ein kleiner Blick vorher auf die Bedienungsanleitung, auf die Bauanleitung. Auch da seht ihr natürlich noch mal richtig schön hier das Artwork, was wir drauf haben. Auf der Rückseite übrigens auch noch mal hier ein kleiner Einblick auf das Set, was ich euch gerade noch mal gezeigt habe. Also die Extra-Figuren, die könnt ihr euch dann halt auch noch dazu packen. Was daran sehr interessant ist, ist vor allem, dass die alle noch mal so einen kleinen Extra-Standy haben, wo sogar die Namen drauf sind. Ansonsten haben wir ja die normalen Standard-grünen Platten. Das hier finde ich persönlich auch nicht schlecht. Also das gefällt mir soweit. Ja, ansonsten lasst uns mal reingehen, was uns hier für Abenteuer ja erwarten. Ihr seht natürlich hier erstmal auf der linken Seite, schaut mal, klassische Zeichnung von He-Man und Skeletor. Das gefällt mir. Die Minifiguren musstet ihr, glaube ich, hier wieder zusammenbauen und das ist immer für mich persönlich echt eine kleine Quälerei. Ich mag es lieber, wenn die Minifiguren komplett zusammengebaut sind, weil ich kriege das echt nicht hin. Das ist gerade an den Beinen richtig fies, die Beine auf die Kugelgelenke raufzudrücken. Das ist wirklich schon eine heftige Sache. Ansonsten seht ihr das hier, typisch Megakonstrukt. Das ist hier alles wirklich sehr, sehr gut erklärt. Da, wo die Platten etc. raufkommen, seht ihr, sind gelbe Bereiche. Zum Beispiel hier diese kleine Sechser-Platte wird hier unten dann halt mit sechs gelben Punkten versehen. Und dann auch hier nochmal mit zwei roten Punkten, dieser Part. Also das lässt sich wirklich, wirklich sehr, sehr gut zusammenbauen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt noch interessante andere Sachen gab. Dieser Mechanismus zum Beispiel hier, da, dieser Mechanismus, das ist auch so eine kleine friemelige Angelegenheit. Also da musste ich dann auch erstmal gucken, dass ich das hinkriege, denn ihr habt dann natürlich noch so eine kleine Schnur, wo ihr dann halt vorne diesen Haken halt, ja halt befestigen müsst, damit ihr das Ganze dann später auch rausziehen oder reinziehen könnt. Auch das, ja, ist eigentlich so die einzige Kleinigkeit, die da so ein bisschen schwer dran war. Aber ich denke mal, ihr seht ja auch, das Endergebnis ist toll. Wirklich auch sehr interessant übrigens, es gab wieder Support-Platten. Das heißt, wenn ihr baut, habt ihr hier unten zum Beispiel, seht ihr das, diese zwei Sechser-Platten. Die werden erstmal da drunter gepackt, damit das Ganze eine Stabilität bekommt. Und später, wenn ihr alles komplett aufgebaut habt, werden die temporären Teile halt komplett gelöst. Und dann, ja, könnt ihr sie in eure Sammlung packen. Die werden auf jeden Fall am Windradar-Set soweit dann auch nicht mehr gebraucht. Und dann seht ihr hier nochmal, das ist dann natürlich das Feature, was wir hier haben. Die ganze Beweglichkeit und dann halt auch hier das Anker-Set. Also interessant auf jeden Fall. Und hier ist natürlich die Teile-Liste. Und ohne diese Teile-Liste hätte ich wahrscheinlich, ja, meine nachbestellten Teile nicht wirklich bekommen. Also da müsst ihr ganz genau gucken, was da fehlt. Und was da jetzt an dem Set falsch war, das zeige ich euch jetzt mal. Ich fand es schon echt ein bisschen heftig, dass da die Qualitätskontrolle nicht gegriffen hat. So was muss man sehen, aber wurde leider nicht gesehen. Da ist das Set komplett aufgebaut. Und ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr. Also die Fahrzeuge generell von Masters of the Universe, von den Megakonstrukts, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Schaut auch mal hier nochmal eben gleich ein kleiner Vergleich mit Battleram. Hier ist Battleram nochmal, hatte ich euch ja auch gezeigt. Solltet ihr das Video dazu nicht gesehen haben, dann auf jeden Fall reingelinzt. Ich werde es euch hier oben mal verlinken. Also Battleram ist auch ein schönes kleines Set und sehr nostalgisch auf jeden Fall. Der Windradar hingegen, ja, der gefällt mir auch sehr gut. Selbst der Grünton des alten klassischen Spielzeugs ist wirklich perfekt getroffen. Also auch da muss ich sagen, wirklich ohne großartige Schwierigkeiten. Die Minifiguren, die wir jetzt mit dabei haben, ihr seht sie ja schon. Ich glaube, so ziemlich jeder, der die Megakonstrukts Masters of the Universe Sets halt gesammelt hat. Zumindest ein bis zwei von diesen beiden halt schon am Start. Einmal auf der linken Seite der gute Skeletor, auf der rechten Seite He-Man. He-Man dieses Mal wieder mit seiner klassischen Kampf-Axt und Skeletor hat dann das, ja, Zauberschwert mit dabei. Sind beide natürlich wieder sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, bei He-Man war, glaube ich, doch, das war tatsächlich meine beste He-Man-Figur, würde ich jetzt mal sagen. Weil gerade hier auch die Augen wirklich sehr gut sind. Ich finde immer bei He-Man-Figuren haben die so ein bisschen die Problematiken, komm mal weg Skeletor, dass die Augen und alles nicht so ganz funktioniert, ne, vom Pain Shop her. Und hier muss ich sagen, sieht er wirklich mit am besten aus. Also da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit, ne. Ansonsten, ihr kennt das ja, die kleinen Minifiguren. Bewegungspunkte sind wirklich immer noch die gleichen, ne. Also die Minifiguren sind beweglicher als von anderen Herstellern, die Klemmbausteine machen, ne. Ihr könnt die Arme wirklich sehr gut bewegen. Sie haben einfache kleine Ellbogen, die wirklich auch sehr gut sind und sich hier innen drin bewegen lassen. Und ja, sogar eine Hüftbeweglichkeit. Und die Beine lassen sich auch super bewegen. Schaut mal, sogar ein kleiner Split ist drin. Er kriegt die Beine sehr weit nach vorne, weil He-Man muss ja natürlich auch im Windradar sitzen. Und wir haben auch noch tatsächlich hier kleine Kniegelenke und wir können auch noch die Beine so ein bisschen in sich drehen, ne. Was auch wirklich sehr gut gemacht ist. Und das gleiche habt ihr dann natürlich auch bei Skeletor, ne. Also auch da wirklich, ja, der typische Standard. Ich finde auch hier Skeletors Rüstung sieht natürlich wieder sehr schön aus im klassischen Design. Nein, ich glaube der, der bei meinem Castle Greyska mit dabei war, der war auch noch ein bisschen geweathert. Also er ist jetzt wirklich hier in einem Light Blue gehalten, ne. Aber ich denke mal, er sieht so oder so wirklich sehr cool aus. Also mir gefällt generell auch natürlich hier sein Gesicht, weil es auch an das klassische Spielzeug halt angelehnt wurde, ne. Also He-Man hier, ne, und Skeletor zusammen wirklich sehr schön. Und ihr seht ja auch hier, da sind dann halt die kleinen Supportplatten bei, ne, wo dann halt die Figuren halt draufgestellt werden. Ja, da habe ich jetzt mittlerweile auch schon einige. Ja, ich würde sagen, Minifiguren jetzt einfach mal beiseite. Lasst uns mal genau den Windradar angucken. Und dann zeige ich euch jetzt mal erst zu Anfang, welche Teile tatsächlich fehlerhaft waren. Und dann ist das gute Stück, ne. Also wirklich sehr schön gemacht. Wer damals das Spielzeug hatte, ne, der wird das gute hier, äh, das gute Stück hier auf jeden Fall auch wiedererkennen. Es wurde sehr schön von Megakonstruktion umgesetzt, muss ich sagen. Es hat übrigens ungefähr eine Länge von 20 Zentimetern, ja, ich glaube, ungefähr 20. Ich sage jetzt mal von dem Anker hier vorne, ne, das ist einigermaßen okay. Ne, 17. 17 Länge, genau, ich habe schon die Daten nicht im Kopf. 17er Länge und Flügelspannweite ist 20 Zentimeter. Weil ihr seht schon, das ist schon wirklich ganz schön lang, das Ganze. Mein kleines Fehlerchen, was ich jetzt tatsächlich hatte, passt auf, das war tatsächlich, ähm, das schlimmste Stück tatsächlich hier vorne dieser Part. Ne, dieser Part, der hier relativ wichtig ist für das kleine, ich sage jetzt mal Play-Feature. Und zwar seht ihr ja, dass das so eine Art, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob es so eine Falke oder irgendwie sowas darstellen soll, hier vorne mit dieser Spitze. Ne, wenn ich euch das mal so zeige. Passt auf, jetzt zeige ich euch mal, was dabei war. Und da frage ich mich dann natürlich auch, warum ist das nicht, äh, ausgesondert worden? Das war das Teil, was mit dabei war. Aber, die Spitze existiert nicht und hier unten ist das Ganze auch gar nicht richtig ausgegossen. Ne, also, das war dann schon wirklich sehr ärgerlich. Es sieht wirklich aus, als wäre es einfach geschmolzen. Ne, also, es kam nicht richtig aus der Gussform und sowas muss man meiner Ansicht nach natürlich komplett halt aussondern. Ne, ähm, das hat nicht funktioniert. Was natürlich auch noch ein kleines Ärgernis war, war tatsächlich auf der Rückseite, schaut mal hier. Wir haben hier nämlich hinten noch so Flammeneffekte. Ne, wenn der Windrider jetzt Gas gibt, dann ist hier natürlich auch so ein bisschen Flammen, äh, kommen hier raus aus den Triebwerken. Und die Flamme, ich hatte eine Flamme dabei, die hatte die falsche Farbe. Ich hatte so eine, ne, die war komplett richtig orange gehalten. Ich meine, wäre das jetzt vielleicht sogar in diesem Orangsturm beide gewesen, hätte ich es sogar cooler gefunden. Aber eigentlich ist es eher dieses leichte Gelb-Orange, was hier drin ist. Ne, also, auch da war eine halt falsch und die habe ich dann natürlich auch bemängelt. Und, ähm, ja, wie das Ganze jetzt funktioniert hat, ja, das hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Allerdings musste ich natürlich auf die Ersatzteile ein bisschen warten. Und die Wartezeit war knapp ein Monat, ne, weil das Ganze ja nicht in Deutschland produziert wird oder es offiziell einen deutschen Händler dafür gibt. Die Ersatzteile kamen direkt aus Amerika zu mir. Ne, ähm, ich habe mich auf der Website angemeldet, ne, habe dann natürlich da erstmal mein Anliegen halt, ja, preisgegeben. Und dann konntet ihr tatsächlich auch gleich die Nummern der verschiedenen Teile mit angeben. Und das fand ich persönlich sehr gut, ne, deswegen habt ihr ja auch die Teileliste in eurer Anleitung. Und da wurde das Ganze dann halt komplett eingetragen. Und, ähm, ja, ihr müsst dazu nichts, äh, dazu bezahlen. Ihr müsst keinen Versand bezahlen, ihr müsst nichts für die kleinen Teile bezahlen. Es wird euch so von Megakonstrukts zugeschickt. Nach ungefähr einem Monat kamen dann die Teile an in einem kleinen Umschlag. Und da war dann auch nochmal dieses kleine Briefchen mit dabei, hier so ein Standardausdruck halt, ne, dass die sich dafür nochmal bedanken halt, ne, dass wir uns oder dass ich mich dann halt an Megakonstrukts gewandt habe, ne, dass sie, dass ich sie kontaktiert habe wegen den, äh, ja, da steht eigentlich Missing Pieces. Also ich hatte keine Teile, die gefehlt haben, sondern sie waren halt einfach falsch. Aber wirklich sehr, sehr gut. Die haben sich drum gekümmert. Es hat, wie gesagt, ein bisschen gedauert, ne, hier das Ganze nochmal auf Französisch. Französisch, aber es funktioniert. Also wenn ihr da wirklich Probleme habt, dann scheut euch auch nicht, das Ganze dann halt in Angriff zu nehmen und dann halt auch Megakonstrukts, ähm, ja, zu kontaktieren, ne. Das Ganze funktioniert wirklich sehr gut. Ihr müsst da halt nur ein bisschen warten. Aber es hat sich gelohnt, ne. Also ich weiß auch nicht. Dieses Teil, das war schon wirklich sehr ärgerlich. Aber es ist ausgetauscht, es ist alles gut. Und mein Windradar ist jetzt natürlich, ja, endlich komplett und sieht gut aus. Und da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen rein in das Set. Denn ich muss sagen, was Megakonstrukts gemacht hat, gefällt mir hier wirklich sehr gut. Ihr seht schon diese ganzen Markierungen und alles, was hier auf der Seite ist, das sind alles Prints. Also es sind keine Aufkleber mit dabei, Gott sei Dank. Na, aber das ist ja typisch für Megakonstrukts. Alles raufgedruckt. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch hier auf der Seite, auch da habe ich jetzt nichts Fehlerhaftes irgendwie erkennen können. Ne, da ist alles wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist schön soweit. Das Set sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auch der Grünton gefällt mir. Ich glaube, hier vorne muss ich mal wieder ein bisschen zusammendrücken, denn ich musste das hier nochmal ein bisschen reparieren. Aber es ist wirklich sehr gut geworden. Innen drin seht ihr, dass hier so gesehen jetzt eine Minifigur Platz hat und sich hier dann auch festhalten kann. In dem Fall sage ich jetzt mal, komm mal her, gehört da natürlich He-Man rein. Da setzt ihr dann halt die Minifigur hier rein. Und dann im Normalfall kann er sich dann natürlich hier vorne noch festhalten. Na, dann haben wir hier noch so ein kleines, so eine kleine blaue Fliese am Start, die so ein bisschen halt die Energie zeigen soll vom Windrader oder vielleicht auch das Radar oder sowas. Na, das ist schon wirklich mehr als okay. Und das sieht wirklich sehr cool aus. Ihr seht auch für die Minifiguren von der Größe her, ich würde sagen, das passt mir auch so weit. Aber hatten die nicht damals im Windrader sogar zu zweit gesessen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ansonsten, wenn ich euch das jetzt mal von unten zeige, der Windrader hat hier natürlich auch noch Rollen drunter. Auch das sehr faszinierend. Natürlich muss er auch irgendwie ein bisschen landen. Und diese Rollen sind auch sehr gut gemacht, sehr funktional. Hier seht ihr übrigens noch eine der Supportplatten. Die haben auch dieses Hellgrün an der Farbe. Ich weiß gar nicht, warum ich die drunter gelassen habe. Aber diese Platten kommen normalerweise ab. Ich glaube, ich habe sie nicht mehr abgekriegt, weil die einfach so super fest sind. Und da die Klemmkraft von dem Megakonstruxstein natürlich auch wirklich sehr hoch ist. Also wenn die einmal richtig sitzen, dann sitzen die. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ansonsten, die Flügel, die wir jetzt hier am Windrader haben, die sind alle beweglich. Also ihr habt hier Möglichkeiten, das Ganze auch noch so ein bisschen halt in Position zu bringen. Wenn ihr irgendwie auf Landeanflug geht oder steigen möchtet oder sowas, könnt ihr das Ganze hier bewegen beidseitig. Auch da wirklich eine sehr feste Konstruktion. Es ist einmal hier zusammengesteckt. Auf der Rückseite haben wir dann so gesehen, dass Seitenruder, auch das hier lässt sich bewegen, auch da wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also ich habe jetzt hier keine großartigen Schwierigkeiten gehabt, dass hier irgendwas auseinanderfällt. Bei Battle Ram hatte ich da ja so ein kleines Problemchen, gerade vorne an der Steuereinheit. Hier allerdings, diese Fliesen, die hier drauf sind, ich denke mal, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die sind nur an zwei kleinen Loppen halt befestigt. Aber ansonsten ist das alles wirklich mehr als gut. Ja und ansonsten, unser kleines Problemkind hier vorne, das war jetzt natürlich das Feature mit dem Haken. Den Haken könnt ihr hier auslösen und dann könnt ihr das Ganze rausziehen. Und ihr seht ja schon, dass sich dann hier natürlich dieser Part vorne mit bewegt. Da solltet ihr allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein. Ihr könnt das relativ weit sogar extenden hier. Und dann könnt ihr dann mit so gesehen nachspielen, dass dann mit dem Windradar hier der Haken noch losgeschossen wird. Das finde ich auch sehr gut. Ihr müsst das gut fest hier verknoten hier vorne, aber dann geht das Ganze und passt auch ein bisschen auf. Ich zeige euch das mal hier. So ist das Ganze halt innen drin befestigt. Ihr werdet es hier einmal durchfädeln müssen. Und hier innen drin seht ihr dieses kleine gelbe Teil. Das ist eine kleine Steckverbindung, wo das dann einfach hier raufkommt. Und dann könnt ihr dann halt so gesehen, so ist es vorgesehen, das Ganze hier einfach wieder eindrehen. Und dann könnt ihr den Haken hier einfach vorne wieder reinsetzen. Wartet mal. Play Feature. Komm her. Wäre sogar noch cool gewesen, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, dass man diesen Haken wirklich abfeuern kann. Und dann wird er hier einfach vorne. Warum mache ich es denn mal, dass man das nicht so sieht? Reingeklemmt. Und dann ist er wieder fest. Dann arretiert ihr das Ganze hier noch. Und schon ist euer Windradar wieder ready. Also schönes kleines Set. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ich hoffe, dass Megakonstruktion noch ein paar Fahrzeuge mehr raushaut. Stellt euch allein mal vor, vielleicht den Landshark nochmal als Megakonstruktion. Wäre ich sofort dabei. Würde ich echt feiern auf jeden Fall. Das wäre sehr, sehr cool. Oder der Bashasaurus zum Beispiel. Das wäre auch eine coole Sache. Ich hoffe, dass Mattel mit den Megakonstruktionen noch weitermacht. Dass da noch mehr Sets kommen. Das würde mich sehr freuen. Denn es gibt natürlich eine Menge Minifiguren oder sowas, die ihr euch noch dann organisieren könnt. Aber ich stehe eher auf die Sets, weil die Sets wirklich sehr gut umgesetzt sind. Und die machen auch wirklich sehr viel Spaß. Ja, mehr kann ich euch dazu nicht zeigen. Ich bin mal sehr gespannt, wie euch der Windradar generell gefällt. Für mich auf jeden Fall ein weiteres schönes Set von Megakonstruktionen. Und mir natürlich auch hier für Masters-Fans eine Kaufempfehlung. Wie gesagt, ich mag diese ganze Reihe. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß, die ganzen Sets zusammenzubauen. Da komme ich auch irgendwie so ein bisschen runter. Einfach ganz gechillt mal ein kleines Masters-Set zusammenbauen. Das ist wirklich sehr entspannt für mich. Und das macht einfach Spaß. Ihr seht ja auch, der rollt auch wirklich ganz gut. Trotz der Support-Platte, die ich da irgendwie noch versuchen muss abzukriegen. Das Einzige, ja, was kann ich Negatives an diesem Set sagen? Eigentlich gibt es da nichts Negatives. Ich bin sehr zufrieden damit. Allerdings die Skeletor-Minifigur hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Weil er steht so ein bisschen auf verlorenen Posten. Weil er kann sich ja eigentlich gar nicht wehren. Aber wenn ihr jetzt noch kein Megakonstrukt-Set habt, dann habt ihr natürlich mit dem Windradar gleich He-Man und Skeletor mit dabei. Und dann denke ich mal, ist das ein schöner Einstieg für euch. Das ist schon wirklich mehr als gut gemacht, das Ganze. Ja, und mehr kann ich euch dazu nicht zeigen. Leute, das soll es gewesen sein. Ihr habt gesehen, auch mit den Ersatzteilen, das hat alles funktioniert. Ihr müsst da ein bisschen Geduld haben. Aber wie gesagt, wenn ihr mal sowas hier habt, das kommt wirklich ganz, ganz selten mal bei Megakonstrux vor. Ich habe ja nun, wie gesagt, schon ein bisschen was davon gebaut. Aber wenn es mal passiert, Leute, dann kein Problem. Wendet euch an den Kundensupport bei Megakonstrux. Auf jeder Verpackung ist auf jeden Fall noch die Website angegeben. Da solltet ihr dann auf jeden Fall reingucken. Und dann gebt ihr einfach die Teile an mit der Teilenummer aus der Teileliste. Und dann müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Sie kommen an. Keine Sorge, sie kommen an. Also, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Eure Meinung zum Windradar und zu dem Megakonstrukt-Set gerne unten wieder rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht's gut. Bis dennne dann. Und natürlich reingehauen. .